Wer dann die meiste oder der höchste Punkt, der am Fall hat, ist sicher diese Klasse. So, die Preise werden in bewerbter Form wieder übergeben von Herrn Bürgermeister Christian Sander vom Kulturreferenten Karl Tischler und von Renate Zimmermann. So, dann gehen wir's an, klar. Dann gehen wir's an. Platz Nummer 6. Von Topshow Askel Braun, Startnummer 51. Markus und Rebecca. Platz Nummer 5. Von Sportunion Rocker Roll Club Kreuzestein Wien, Startnummer 57. Alexandra und Kordinian. Platz Nummer 4, Formation 88. Startnummer 53. Lisa und Walter. Und wir kommen zu den Stockerlplätzen. Platz Nummer 3, Formation 88. Startnummer 55. Laurel und Nicole. Und Platz Nummer 2. So viel kann man schon sagen, Formation 88. Und zwar... Lufthansa und Anja, Startnummer 54. Platz Nummer 5. The winner is... Rock Explosion Döbling, Magdalena und Alexander. Start von 18 und 15! Und noch ein kräftiger Antraus für die Finalisten für die Sieger, Rock Roll Becker. We need our family.